Servus und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das ist ein ganz spontanes Video, denn heute haben wir hier die Lidl Neuheiten 2020 und ja, das ist auf jeden Fall von den Vorbestellungen, was man sich holen kann. Und da haben wir hier einmal die Firefly XXL Schwärmer Effektbatterie für 15,51 Euro. Die hat 19 Schuss, 30 Millimeter Kaliber, so wie es mir aussieht. Die sieht richtig gefährlich aus. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Wird auf jeden Fall wieder eine fette Batze sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Artikel. Ja, als nächsten Artikel haben wir hier die vier Twister. Das sind vier kleine Wirbel, die sehen richtig geil aus. Jetzt habe ich echt Bock auf die gekriegt, sag ich mal. Ja, also richtig geile Wirbler, sehen sehr interessant aus für 4,84 Euro. Kann man bei so einem Ding dann eigentlich nie was falsch machen. Vielleicht heben sie ja sogar ab, ich weiß es nicht. Könnte ich mir aber eigentlich sogar gut vorstellen bei denen. Ja, nächster Artikel ist hier die Raptor für 11,63 Euro, 22 Schuss. Die hat man ja schon von der Bild geliebt gesehen. Da sah die etwas anders aus, fand ich. Vom Design her, aber finde ich jetzt richtig geiles Design mit diesem Dino. Was Lidl jedes Jahr raushalt, ist einfach unglaublich. Ähm, ja. XXL Multi-Effektbatterie, 11,63 Euro, 22 Schuss. Ähm, ja, das wird man dann sehen, wie gut die ist. Und, ja. Es gibt auch noch mehr Neuheiten, wie als in dem Video hier. Aber ich habe jetzt mal so die interessantesten rausgesucht. Ja, und dann haben wir hier noch eine richtig billige Batterie. 5,81 Euro für 54 Schuss. Die wird gut weg in der Lidl, das sage ich euch. Die Matrix hat, denke ich, also wenn die Zalega hat, wäre das einfach nur absolut krank. Aber für 5,81 Euro, ey, ist das schon eine richtig geile Batterie. Wird ganz viel Röleys haben und so. Aber, Leute, die ist ja wirklich sehr, sehr billig. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sieht wirklich sehr interessant aus. Und, ja, die Designs, wirklich einfach nur krass. Da macht Lidl einfach einen guten Job. Kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt haben wir hier mehrere auf ein Bild. Also mehrere Neuheiten auf ein Bild. Natürlich, die Celebration kennen wir alle schon. Aber der Rest ist alles neu. Und zwar ist das hier die The New Beastmaster. Einfach nur richtig vorfreuen auf die Batterie. Ich bin echt gespannt, wie die ist. 12,60 Euro. 18 Schuss. Dreistufig ist die sogar. Wow. Das ist wirklich krass. Ja, schnell zum nächsten Attacken. Und zwar ist das die Big Surprise 14,54 Euro. Ja, ja, sag ich mal, würde ich mir jetzt nicht holen für den Preis. Aber, okay. Und dann haben wir hier eine kranke Null Uhr Batterie. Denke ich mal, dass man die auch Null Uhr zünden könnte. Und zwar für 19,39 Euro. Die Final Countdown. Ja, sieht aus wie ein fetter Batzen. Ja, was soll ich groß sagen. Einfach nur heftig. Und, ja, ich denke, das war es dann auch schon vom Video. Ich habe, wie gesagt, nur die interessantesten Neuheiten ausgesucht. Wer sich fragt, warum die Preise so komisch sind, das hängt mit der Mehrwertsteuer zusammen. Und, ja, sehr interessant dies Jahr bei Lidl. Also, wirklich mal wieder saugute Arbeit geleistet. Heute Abend ist ja das Lidl-Vorschießen. Bin ich auch mal richtig gespannt, was dann so abgeht. Da kommen ja dann die ganzen Batterien. Werden gezeigt, wie sie sind. Aber, das beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und, ciao. Tschau.